dann einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum heutigen webinar futures handel mit dem serial trader und an der stelle dann auch natürlich mit heiko behren unser futures experte mein name ist nelson cardoso neto und ich begrüße den namen von fx flat und freue mich dass sie zahlreich heute live dabei sind an diesem schönen nachmittag wir schauen uns direkt mal den risikohinweis an damit wir auch nicht zu viel zeit verlieren ja dieses webinar dient wie immer nur zu schulungszwecken wird auf gar keinen fall als anlageberatung oder handelsempfehlung verstehen sie müssen ihre eigenen entscheidungen treffen unabhängig davon was heiko heute uns zeigt ja das ist sehr wichtig okay heiko die märkte bewegen sich im hintergrund deswegen schalte ich mal zu hierüber wünsche viel erfolg und viel spaß gut dann gut dann auch herzlich willkommen von meiner seite zum heutigen trading tag also wir haben ja die letzten zwei webinare so ein bisschen ausbildung gemacht also wie kann man den markt greifen mit dem stereo trader also das mit dem skype terminal und und wie kann man den sehr trader einstellen heute soll so ein bisschen in die analyse gehen und auch was ich aktuell handel und mal ein bisschen gucken was da heute so passieren kann ich habe gerade eben schon in den trade gerade eben gemacht den werde ich mal hier löschen so und dann können wir mal gucken ob heute ja vielleicht noch irgendwie was passiert gut damit das webinar ein bisschen struktur hat möchte ich so ein bisschen erklären bis zum us-handelsstart auch wenn jetzt schon heute hier vor 15.30 ziemlich viel action ist würde ich gerne mit euch so ein bisschen die analyse machen wird auch noch mal gerne darauf eingehen davor noch mal welchen markt ich heute handeln werde ist nämlich hier der micro s&p future worin ich da den vorteil sehe was auch der nachteil so ein bisschen ist und wann es vielleicht sinnvoll ist auch sich mal so ein markt anzugucken ich weiß die meisten von euch handeln ja wahrscheinlich im dow jones und genau und ja das würde ich mir mit euch dann angucken dann so ein bisschen in die analyse gehen und dann halt mal gucken ob wir hier auch in den ein oder anderen live trade kommen und ja dann einfach mal schauen was geht also und mein ziel ist es so ein bisschen auch zu zeigen wie man ja was man dort handeln kann wie sich vielleicht auch dass die kurse bewegen wie sich die p&l bewegt und so weiter dass man das so ein bisschen sieht und so einen kleinen einblick darin geben okay gehen wir mal rüber in ich habe ein eine ich habe heute nicht so viel also nicht wirklich was vorbereitet weil so viel muss man jetzt auch gar nicht wissen so ich wollte jetzt mal genau okay das muss schon eins verschieben sorry so gut gehen wir rüber also ich handel hier heute den micro s&p future am ende bewegen sich die märkte ähnlich wie der dow jones ganz klar diese märkte sind eng verknüpft ja einige werte die im dow vorkommen kommen auch im s&p vor zum beispiel die apple aktie und zum beispiel die apple aktie die ja mit eins der schwergewichte in vielen indizes halt ist ja auch im s&p glaube ich das schwergewicht mit 4 prozent oder irgend sowas und von daher sind die märkte stark umwoben und ich selber habe jetzt eine zeitlang ja auch den dow jones gehandelt habe letztens auch auf meinem youtube-kanal bei bei skype-trading.de ein video vom dow trading online gestellt und mittlerweile war es dann doch so mir war es dann zu eine zeitlang too much und ich habe im jahr 2008 auch viel im s&p selber gehandelt damals und jetzt wo es den micro gibt ist es noch einfacher für mich weil ich meine risiken noch viel viel besser steuern kann was kann ich auch machen ich kann halt das ist immer mit vorsicht so zu sehen denn der hebel wirkt auf beide seiten ich kann halt durch die geringe margin anforderungen den hebel bis auf 1 zu 100 hochheben also aktuell liegt die margin zurzeit bei 120 euro pro kontrakt für intraday die wurde jetzt leicht erhöht also verdreifacht aktuell sie lag eine zeitlang jetzt bei 40 euro liegt aber auch aufgrund der volatilität und das auch nur fair also wenn man es jetzt so umrechnet sind ca 120 durch 5 sind es 24 punkte stop loss bevor die markt schon weg ist ms&p micro und von daher kann ich hier mein hebel relativ hoch ansetzen wenn ich das möchte also ich selber habe nur kleine accounts und schreitet die und wenn so ein account markt geschrottet würde dann ist das nicht so schlimm ist es für mich auf alle fälle besser und als eigener risikoschutz da nur kleine beträge drauf zu haben man weiß ja nie was passiert bei den hohen volatilen zeiten und mal als beispiel gestern wo die eurex ausgefallen ist wenn da die bewegung oder wenn man sich da nicht hättest entsprechend ja oder wenn man da vielleicht in so eine notlage kommt ja dann kann das schon recht teuer werden und deswegen habe ich halt vorwiegend kleine account und es ist halt wie gesagt auch zum eigenen schutz wenn man einen mikro kontrakt handelt sind das sind das plus minus fünf euro oder dollar viel mehr wird er dann gleich sukzessiv in euro umgerechnet die kosten sind im verhältnis pro punkt relativ hoch ja aktuell mit zwei euro das ist das ist ein nachteil aber ich sage jetzt mal früher hat sich der s&p als beispiel keine ahnung zehn punkte am ganzen tag bewegt zehn punkte früher heute bewegt sich der s&p teilweise 100 punkte am tag das heißt wenn man jetzt mal das rechnet wie wie hoch sind die kosten bei der volatilität dann sind die zwei euro kosten natürlich hoch aber sie sind gegenüber der volatilität für mich durchaus zu vernachlässigen sobald die volatilität wieder runter geht muss man halt überlegen ob man denn wieder vom mikro dann vielleicht in den normalen s&p mini future vielleicht wechselt wenn man das gerne möchte da sind die kosten denn etwas geringer ja das heißt da sind die kosten nicht ganz so aber ich kann halt hier vor allem mein risiko wirklich sinnvoll splitten und deswegen macht für mich dann wiederum sinn wenn man jetzt die spread sieht die man bezahlt fx flat das gute ist sie haben auch bei den cfds im s&p einen sehr sehr geringen spread aber auch da habe ich dann halt die beschränkung mit dem hebel von 1 zu 20 aber wie gesagt am ende muss es ja jeder für sich dann entscheiden wie gesagt ich möchte euch nur eine idee geben warum es für mich halt da sinnvoll ist und wie gesagt der einzige nachteil sind die kosten die man halt hier wirklich dann mit dem auge haben muss genau gut wenn ihr fragen habt allgemein zum future trading weil ihr es vielleicht oder metatrader 5 und future trading dann gerne her damit dann kann ich da auch immer drauf eingehen um einfach ja euch da auch zu helfen gut ok so dann dann wichtig ihr müsst im metatrader entsprechend was einstellen damit ihr auch gut auf ein limit handeln könnt also wenn ihr auf ein echten limit handeln wollt dann müsst ihr im stereo trader die mit funktion also market if touch ausstellen für neue order ja das ist ganz ganz wichtig nur dann verhindert ihr zum beispiel es sei denn ihr wollt das nicht aber manchmal ist es so also ich bin es gewohnt als future trader halt auf dem echten limit zu handeln oder die möglichkeit haben zu handeln zu können wenn ihr die mit funktion an habt dann wird ganz normal die limit pullback order aktiviert das heißt natürlich der vorteil ist wenn der markt halt runter fällt dann wenn der markt runter fällt und ich werde dann ich gehe long per limit bei und werde dann halt einfach mit gezogen dann ist das ja auch okay also wenn man das möchte dann ist es so genau genau so und von daher ist das wichtig für mich also ich habe es ausgeschaltet man muss es immer wieder neu ausschalten es sei denn der der Dirk weiß wie man es dauerhaft ausschaltet aber es ist auch okay für mich ich habe mich daran gewöhnt zumal ich würde ja eigentlich nicht dauerhaft aus haben vielleicht nur pro instrument vielleicht müsste ich das irgendwie abspeichern aber sei es drum ich weiß ich ich drücke halt jeden morgen mache ich das panel einmal auf und dann drücke ich das halt aus ja genau das hier wäre dann wie gesagt auch noch interessant je nachdem wie ihr handeln wollt beim stop loss ähm nachziehen also das heißt wenn eure wenn euer stop wirklich an die bürse geschickt werden soll dann ist es wichtig dass er hier auch die funktionsweise ausschaltet aus dem einfachen Grunde wenn der stereo trader die funktionsweise übernimmt dann rechner aus ne dann auch wird eures da bloß halt nicht weiter verfolgt ne weil ja keine verbindung zwischen eurem stereo trader und dem broker dann da ist ne also von daher zumindest im future handel habe ich das ja aus und ähm damit liegt die order dann halt auch auf dem server ja gut das soweit zu dem was wir also zu dem zu den voraussetzungen hier ja und kurz zu meinem trading bildschirm und dann gehen wir so ein bisschen in die analyse rein also wer noch fragen zum produkt als solches hat also zum future an sich der kann das gerne noch erfragen okay hier wurde ja wie das symbol ist für e mini beziehungsweise mikro e mini genau das ist der mes m20 also wenn ihr ganz normal über die suche hier geht dann findet ihr die produkte dann auch unter futures cmi äh können wir ja machen vielleicht für leute die es noch noch nie äh dort waren ja also ganz normal hier symbole denn cmi futures wichtig natürlich äh ist äh nelson die müssen sich alle freigeschaltet haben oder also man muss sich ja erstmal freischalten bevor man es überhaupt geht genau korrekt ja das heißt ähm ihr müsst ja dafür einen datenfeed auch bezahlen und äh der kostet auch entsprechend geld und dann äh könnt ihr hier über cmi futures äh sind sie an oder hier auch die eurex futures geht dann da drauf dann geht auf indizes und dann habt ihr hier zum beispiel den mini smp und dann bei den mikro futures dann die mikros also könnt auch den mikro dau future handeln ja das sind dann 50 cent pro punkt äh ne doch pro punkt 50 cent genau und äh der normale sind ja 5 dollar pro punkt könnt ihr den auch handeln aber für mich jetzt im verhältnis ist es so dass der der dau und äh also wie gesagt der dörg der beliebt ja den dau ich mag den auch den dau ich ich trade den auch sehr viel aber wie gesagt in der aktuellen phase in der hohen wohler phase ist mir der smp irgendwie ein bisschen lieber äh wie gesagt einfach gewöhnungssache vielleicht muss man es auch mal ausprobieren wichtig beim ausprobieren es gibt im future handel kein demo handel ja das ganz 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 wichtig das heißt ihr solltet wissen was ihr tut und deswegen könnt ihr vielleicht auch ein bisschen bei mir zu gucken damit man vielleicht auch sieht wie schnell man da auch mal 100 euro plus oder vielleicht auch minus machen kann wie werden sie dann vielleicht noch sehen wenn wir dann dort handeln gut ähm zu der zu der einstellungsgeschichten ähm sei es so ein bisschen gesagt also ähm ihr seht hier den mikro ähm ihr könnt euch das über das symbol einblenden lassen oder hier oben auch immer gucken wichtig ich habe zum beispiel hier den mikro und hier rechts habe ich den normalen und hier rechts ist der der normale das heißt wenn man dort rein klickt ja und das wäre das gleiche wie 10 mikros und pro punkt 50 dollar und wenn man jetzt mal sieht zum beispiel hier ja der markt schwankt hier in in einer minute ja ihr seht ihr minuten chart bereits schon vier punkte das heißt im mikro also im mini s&p future sind das 200 dollar plus minus ja also das natürlich dann ganz wichtig also da sehr gut hinschauen hier oben links entweder ja gucke ich immer rein also esm ist dings und hier oben m m m m esm ist denn der mikro ja das ist ganz ganz wichtig dass er das sozusagen äh da nicht verwechselt weil sonst äh vielleicht wenn er jetzt 5000 euro auf dem konto habt dann kriegt er das gar nicht mit weil denn die margen dafür ausreicht ja auch ein äh entsprechenden großen zu handeln und dann auf einmal rattert im karton ja im depot weil ihr gar nicht mitkriegt und gar nicht wisst was los ist ja also das ist mir auch immer schon mal passiert deswegen da aufpassen dass ihr da im richtigen produkt seid ja ihr könnt euch natürlich auch ganz normal die hintergrundinfo anzeigen lassen dann seht das ja auch also dieses im chart layout wenn das hier drin steht ja gut für mich ist es so ist es okay weil ich habe den den offline hier den chart das heißt kann aus dem großen sowieso nicht handeln ja von daher gut als einstellung noch weiterhin äh oben rechts das ist auch der große future und nicht der kleine ja das ist so ein bisschen ein tick chart den tick chart habe ich so ein bisschen immer mal an den habe ich jetzt nicht regelmäßig an ich habe jetzt hier vor allem jetzt für das webinar halt an äh damit man so ein bisschen geschwindigkeit sieht ja und vielleicht auch mal sieht wie der tickert ja und es geht ja darum denn auch vielleicht hier und da mal das ein oder andere limit ähm gut reinlegen zu können vielleicht gelingt uns das mal ein ein trade zu machen ohne spread halt also dass ihr seht wir gehen rein der trade wird gefüllt und der nächste tick ist wenn der nach oben ist sind wir gleich im gewinn also jetzt nicht im gewinn nach kosten aber bei einem tick hätten wir dann schon entsprechend möglichen gewinn wenn wir jetzt hier unten vielleicht die die 2759 50 gebekommen haben ja vielleicht noch ein unterschied den vielleicht auch gar nicht fällt mir gerade so spontan ein vielleicht auch nicht jeder weiß also der der s&p tickt immer im also im quarter also im 0,25 punkte tick tickt der also also man kann ja jetzt nicht auf der 74 76 77 handeln es geht halt immer nur 25 50 75 0 ja also nur so kann man den halt handeln so von daher dass die idee hier hinter das wohl das level 2 was ihr hier seht das ist vom großen falls ihr das nicht habt da auch ist eine einstellungsgeschichte das heißt ihr müsst hier gucken dass ihr bei layout quatsch bei instrument hier unter volumenquelle muss es m20 drin stehen normalerweise zieht er das automatisch probleme gibt es nur wenn jetzt der kontrakt monat zu ende ist das heißt jetzt der nächste große fall fall ist da muss man es dann neu wieder rein machen da kann sein dass da manchmal probleme gibt aber im normalfall sollte das funktionieren gut so dann gehen wir mal rein so ein bisschen in die analyse und vielleicht dann auch in die eröffnung des tradings herein und ja ihr seht was vielleicht hier noch auffällt ihr seht dass der spread sich immer auch mal verändert das heißt hier kann man sich dann halt direkt in so ein spread halt reinstellen ja das ist dann ganz interessant manchmal wie gesagt wenn man einen punkt hat wo man treten möchte dass man vielleicht hier keine kosten also die kosten des spreads minimiert wie gesagt das wäre heute mal so die idee mal zu gucken dass man halt per limit halt gut reinkommt mal schauen okay dann kommen wir mal so ein bisschen zur analyse hier unten rechts hinter den 15-minuten-chart dahinter liegend ist noch der der x-frame den ich mit dem block ja gemacht habe hier jetzt beim 15-minuten-chart dahinter der stunden-chart ich gehe jetzt mach das bild einfach mal groß schieben das ja mal kurz weg so ja was sehen wir aktuell also ich war heute wesentlich long mäßiger ausgerichtet wir sehen aktuell oder ich mache mal das aus und machen wir das andere an damit man sich nicht vielleicht damit man sich hier besser fokussieren kann so wir gehen mal auf den stunden-chart wir haben gestern im s&p eine schöne aufwärtsbewegung gesehen im dau ja genau das gleiche wie gesagt die märkte laufen da ja relativ identisch also machen wir es mal blau also schöne aufwärtsbewegung gestern gesehen sogar am hoch ziemlich gut geschlossen dass das teil und jetzt soll ich hier overnight komplett abverkauf und ja ich bin halt immer davon ausgegangen dass wir hier vielleicht eher zum beispiel genau an diesem punkt hier an der 2779,25 eher unterstützung sehen also dass der markt halt hier hingeht ja und dann sich ein bisschen erholt hat aber bis jetzt nicht gemacht also wir standen jetzt knapp vom tages tief bei 2752,5 ja und manchmal das schöne halt am s&p ist der tickt das halt auf einen punkt oder auf einen tick genau halt an läuft manchmal extremst sauber halt gewisse levels an ja beim dau da gibt es ja immer noch mal die fiese nummer noch mal 10 20 punkte durchgewischt ja ich meine wenn man drauf steht ist ja auch alles okay gut von daher bin ich heute gespannt also mit womit ich überhaupt also ich als trader nicht umgehen kann wenn der markt halt vorbürstlich so eine arke bewegung macht also das heißt wir haben gestern hier oben geschlossen ja und eröffnen jetzt am tagestief von gestern also da weiß ich nicht was die denn heute jetzt davor haben ob wir den kompletten abverkauf sehen heute ja und wenn wir uns auch anschauen wir stehen ja auch deutlich unter der unter der kasse session schon drunter also sehen wir heute vom szenario her wäre es was ich gerne sehen wollen würde wäre ein dip auf der unterseite also im besten falle vielleicht sowas hier gut jetzt sind wir halt paar punkte davor gedreht also schön wäre es im stundenchart wenn wir vielleicht hier nochmal kurz durchgehen und man sieht dann eine reaktion auf der oberseite dann würde ich hier versuchen das tief zu handeln also short kriegt mich auf alle fälle nach nach so einer abwärtsbewegung handle ich definitiv niemals short weil mir einfach der markt zu weit gefallen ist klar der markt kann unendlich weit fallen dann ist es halt ein tag wo es halt wo es halt weniger trades gibt oder ich kämpfe mir halt einen ab indem ich die rücksetzer aber prinzipiell würde ich versuchen eher hier unten die long stand zu handeln und ja für schwarz da müsste der markt irgendwo erst hier hoch steigen damit ich denn von da oben aus irgendwo meinen short handeln könnte aber prinzipiell würde ich jetzt eher gucken dass wir hier die letzte stunde so ein bisschen korrigieren dann mit eröffnung ab 15 30 und dann mal sehen ob es da richtung 2779,25 hoch läuft also wie gesagt am ende ist ja nicht meine aufgabe den wahrsager zu spielen sondern es geht darum halt chancen zu sehen und vom handel her bin ich da halt eher derjenige der der meinung ist aktuell wenn der markt so tief jetzt vorbürstlich gefallen ist und wir sehen eventuell ähnliche käufer die wieder an ähnlicher stelle reinkommen so wie das hier zum in der nacht also am montag also sonntag montag ja sofern diese käufer hier wieder reinkommen dann könnten sie auch den markt der wieder hier entsprechend kaufen genau ja also wir sind sehr sehr weit gefallen entscheidungsmarke für mich wird hier dieser preisbereich um 2779,25 hat mal gucken ob man da hoch gehen und dann muss man überlegen ob dann der markt nicht zu weit gestiegen ist für einen long genau das wäre dann ja entsprechend müssen wir dann mal sehen bis jetzt zumindest eine gute reaktion unter dem tief der letzten stunde gewesen das hatte ich gerade zum wechsel habe ich da einen trade gemacht gehabt ja aber wie gesagt ja den habe ich gleich wieder rausgestellt gut ja vom kurzfristigen verlauf her wäre es halt hier entsprechend so wir haben jetzt hier eine trend umkehrt zumindestens aber das das muss auch noch nichts zwingendes bedeuten also ich würde jetzt hier gucken zwei möglichkeiten wir haben hier recht guten preisbereich den hatten wir weiter vorne hat man auch schon mal ähnliches typisch hier für solche märkte für heute wenn die so stark trendig hier sind ja so stark trendig sind dass die märkte halt sich erholen runtergehen kommen noch mal hier drüber schaffen es aber trotzdem nicht weiter und dann erst geht es noch mal deutlicher nach unten also der ein oder andere kennt ja so typischerweise flackenformation die sich dann ausbilden das kann sich auch ein bisschen hinziehen dass der markt hat nochmal hoch geht und nochmal tiefer und dann erst bricht oder sehen wir halt hier das positiv szenario dass der markt einfach schon so stark gefallen hier ist dass wir hier so viele shorts drin haben die dann hier oben ausgestoppt werden und man die tiefen kurse eher zum kaufen nutzt also hier im sinne der stunde zum kaufen nutzt so dass der markt dann wieder in richtung 2779,5 oder dann hier wieder in diesem preisbereich hochgehen kann ja das wäre jetzt die idee aber die ersten minuten im in der öffnung handel ich sowieso nicht weil da warte ich dann immer erst mal ab bis der markt dann halt hier entsprechend sich ja eingependelt hat vom risiko her vielleicht mal da eine rechnung aufgemacht also wir sehen jetzt hier aktuell grob zehn punkte also das hier sind zehn punkte ganz grob die der markt hier in zehn in fünf minuten durchschreitet es gab jahre da hat sich der markt zehn punkte am ganzen tag bewegt ja deswegen wie gesagt unter diesen umständen macht halt das macht das halt echt viel sinn den den mikro vielleicht mal in betracht zu ziehen ja wie gesagt vom vom hebel her und so weiter wie gerade schon eingangs erwähnt ziel ist es oder oder überlegung hier an der an der stelle ist bei zehn punkte also zehn punkte in fünf minuten bedeutet halt bei einem kontrakt bei einem gleich 50 dollar plus minus na so also da sieht man schon was da möglich ist für eine fünf minuten kerze und so kann man es ja ausrechnen bei zwei kontrakte halt 100 drei gleich 150 und so weiter damit weiß man auch ungefähr die risiken ja das heißt wenn ich jetzt mit zwei kontrakten handeln muss man so ca 100 bis 200 dollar risiko für einen einzigen trade dann selbst dahin nehmen so wenn man jetzt überlegt und das würde man jetzt auf den großen s&p 500 rechnen ja zehn punkte wird eine halte plus minus 500 dollar bedeuten so und da das ist natürlich dann schon heavy also da muss das konto schon sollte das konto jetzt nicht nur 1000 euro groß sein ja für eine fünf minuten kerze 500 dollar risiko da brauchen wir schon ein bisschen größeres konto sage ich jetzt mal oder man trifft zeit wenn man der klicker heißt halt ja genau das ganze ja also wo man vielleicht da auch nur drei tics risiko hat oder vier oder was auch immer also von daher okay dann ja von der analyse her also vom trading her auf was ich jetzt achte hier das heißt ich möchte hier eine struktur sehen in der ich halt handeln kann bei mir ist es so vom trading her ich habe einen haufen setups ja ich sage jetzt mal setup hier 1 2 3 und 4 setup 1 2 und 3 ich sage mal so schätzungsweise habe ich bestimmt um die 10 setups und dann schaue ich mir halt den markt hier an und überlege halt welches welches muster jetzt kommt und daraus versuche ich meine aufgabe so sehe ich das im trading ist es dann hier entsprechend versuchen zu sagen okay an der stelle beispielsweise handel ich einen long das ist setup 1 oder der markt fällt hier drunter unter das tief der letzten kerze das ist mein setup 3 ja dann gibt es ein box setup das hat der ein oder andere schon mal gehört dann gibt es halt den fake ausbruch einstiege im trend order flow setups nach volume profile nach hier diesem level 2 also wenn meine große order haben das ist vielleicht das setup 2 dann mache ich den trade halt danach ja so und da so versuche ich halt immer aus der struktur heraus entsprechend die richtigen setups zu ziehen zu zu nehmen gelingt mir auch nicht immer ja und von daher werden wir sehen ob das mir heute hier gelingt genau und das ist so meine aufgabe dass man das halt versucht dann so zu händeln ist ein bisschen anderer 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 ansatz als der dirk den halt hat der aber halt natürlich mit seinen stärken da genauso sehr gut punkten kann am besten ist natürlich der der katz jetzt für den s&p macht das ja nicht aber am besten ist natürlich wenn ich dann mal auch in den dau reinschaue wenn ich einen setup habe das mit dem dörg seiner linie noch harmoniert ja dann ist es natürlich richtig gut also das ist das optimum sage ich jetzt mal also die kombination von diesen beiden sachen gut dann für wer sei jetzt mal da sozusagen analytisch und setup mäßig lernen will und ganz ganz kleiner hinweis an der stelle vielleicht für den ein oder anderen interessant und zwar habe ich kann ja mal kurz hier holen habe ich demnächst am montag geht's los ein kleines nach zweieinhalb jahren mich entschieden ein online seminar zu machen das findet jetzt statt also es haben mehr wie sieben leute gebucht wie gesagt ich kann ja einfach mal den link hier rein geben in den chat ja und dann kann man hier mal gucken wen das interessiert und auch hier ist das problem welches gelöst werden soll nämlich die kombination zwischen den aufbau des marktes der typischen strukturen die es da gibt und das ganze dann zu kombinieren mit den entsprechenden setups das als live also als seminar und wer wer mag kann sich das ja hier entsprechend mal durchlesen ja wahrscheinlich morgen ja kann hier wird hier höchstwahrscheinlich ausverkauft dran stehen das package das genau das ist dann ja ausgebucht wenn sich wenn ihr sozusagen jetzt noch eine zahlung eingeht dann muss ich es ausbuchen das ganze aus dem einfachen grund weil das privat coaching mit beinhaltet und es haben doch einige gebucht und die kann ich gar nicht händeln die leute von daher muss ich denn das ganze dann entsprechend rausnehmen aber die anderen pakete sind noch verfügbar wie gesagt am besten einfach mal durchlesen ich habe den link mal rein kopiert in den chat und dann könnt ihr euch das anschauen und vielleicht ist es ja entsprechend was für euch wie gesagt da ist es ohne order flow und auch future trading wie gesagt also ohne level 2 und so weiter ist halt ein grundkurs und keinen fortgeschrittenen kurs wer fragen dazu hat kann ja aber auch gerne auch schreiben ja den der der den schauen mal die eröffnung halt an also wir sehen hier sehr sehr gut die reaktion jetzt 15.30 Uhr ihr seht jetzt hier wie schnell der S&P jetzt hier loslegt ja und da sieht man sozusagen so ein bisschen die dynamik also das heißt wenn man sieht wie wie der markt dann sich hier bewegt bekommt man so das gefühl für dynamik geschwindigkeit mal so ein bisschen mit und ja wie gesagt die erste minute warte ich jetzt immer der ersten fünf minuten warte ich ab bis der markt dann rangekommen ist wie gesagt zum gestrigen schlusskurs eröffnen wir extrem tief und ja jetzt haben wir eine trend umkehr ich würde jetzt hier für mich halt hier abwarten einfach long oder short gehe ich jetzt nicht ich werde so ein bisschen den markt kommentieren worauf ich schaue und ob ich dann halt abdrücke oder nicht das werden wir dann sehen ja also kommt dann halt wie gesagt auf den markt dann drauf an ich werde handeln vielleicht das nochmal zur idee also ich habe immer drinnen ein 20 punkte stop kann man auch noch mal durchgehen was für was ich hier drin habe also ich habe einen 20 punkte stop tendenziell drin das sind 100 euro plus kosten an verlust die werden aber im normalfall nicht gezogen ich habe den tp von drei punkte drinnen sieht man jetzt vielleicht ein bisschen durften den schiefe ich aber halt gerne auch weg ja ich werde dann auch so ein bisschen zeigen wie ich halt vorgehe hier im handel und was ganz wichtig noch ist für mich unter unter trading ich handel nicht im future modus sondern ich handel im single net modus das problem ist so ein bisschen aber da sind wir sicherlich auch am arbeiten und wir auch und auch fx flat entwickelt sich ja auch immer weiter es geht einfach darum dass dass man aktuell mehrere positionen so wie man das gewohnt ist hier im single net modus vielleicht ein bisschen besser handeln kann das liegt am hedge modus den der future die future plattform drin hat da funktioniert das nicht aber auch da wie gesagt ich bin ja als experte da und trete da auch fx flat so ein bisschen auf die füße oder wir arbeiten auch viel mehr gemeinsam daran dass man das weiter immer optimieren das ganze und von daher muss man oder sollte man wenn man zumindest mit mehreren handelt im single net modus handeln ist wesentlich besser und einfacher weil man weiß der handel dann wesentlich einfacher funktioniert denn im hedge modus mache ich immer wenn ich halt hier eine limit rein lege mache ich halt immer eine neue order auf ja das kann der stereo trader nicht verarbeiten sagt muss einfach mal so gut dann schauen wir mal an wie jetzt die kerzen so ausschauen was positiv ist ich zeichne hier mal eine linie rein ich denke mal das fällt eben auf das heißt der markt hat jetzt sicher sehr gut dieses level ich hier noch mal bestätigt das letzte hoch sehr gut bestätigt auf ein tick genau wie gesagt wenn man hier es schafft ab und zu gelingt ein das wie gesagt jetzt ist die leider die erste fünf minuten kerze die ich halt ja so gut wie nie handel aber wenn man jetzt hier sozusagen sein limit reinlegt und man wird genau auf ein tick abgeholt das ist natürlich denn schon genial also wenn zeit klappt das ist halt das passiert bei keine ahnung 10 10 von zwei weiß ich bei bei zwei von zehn oder 20 30 trades wo man das so genau trifft und bei der wohler hier kann man sagen ist es wurscht aber das ist vielleicht noch mal ganz wichtig ich halte man das wird hier kurz an ihr müsst ja überlegen ihr braucht ja für eure entscheidung immer paar sekunden so hier sie hier seht ihr jetzt nicht mal nicht mal eine minute und ihr seht ja jetzt hier in der minute oben rechts im tick chart seht ihr jetzt wie der markt hier entsprechend vier vier punkte schwankt so und wenn ihr hier überlegt ihr würdet vielleicht nur als beispiel market klicken das heißt immer wenn der markt hier so anzieht dann klickt ihr market rein ich mache mal hier so ein punkt dann kauft ihr vielleicht hier oder ihr kauft hier den höchsten punkt ja oder vielleicht auch hier und es kann halt manchmal sinnvoll sein zu sagen ich lege mich halt hier rein in diese volatilität innerhalb wir reden ja hier das ist alles innerhalb der minute also innerhalb dieser schwankung und die kerze müsst ihr sehen innerhalb der minute eiert der markt oder kommt ja der markt hier an diesem punkt zum beispiel x mal vorbei so ich will jetzt mal nur optimieren das bild und wenn man dann sagt okay ich nehme mir einfach hier das mit dann ist man manchmal besser bedient als wenn man immer market klickt den spread bezahlt und vielleicht aufgrund der schnelligkeit weil das ja hier in der sekunde ist dass man dann halt eine schlechte ausführung kriegt ich klicke natürlich genauso oft auch market rein ja so ist es jetzt nicht wenn ich jetzt rein will dann klicke ich market rein aber wenn ich halt punkte habe an denen ich treten möchte oder um denen drumherum ich treten möchte dann gehe ich halt auch gerne limitiert rein dann tue ich immer ein paar limits rein reinhauen ja ich handelt zwischen drei bis fünf kontrakte und versuche halt nicht mehr wie 200 euro zu riskieren so ganz grob gesagt okay gut also in der ersten fünf minuten kerze noch mal aufgesessen leiter in den schlechter schlusskurs hier im fünf minuten chart wir stehen hier knapp vor der oder waren jetzt sogar im hoch fast vor der 1000 2779,25 also das wichtige level für mich und jetzt kommt hier für mich darauf an welche fraktion gewinnt ich mache mal hier das rein die 279,25 ja dieses level hier ja das was was vorhin gehalten hat hier seht ihr noch mal ein long trade er hat das hat gehalten ihr gehabt das level da habe ich auch mich limitiert rein gekauft in dieses level ja und da müssen wir jetzt mal gucken gut also für mich jetzt aktuell hier der fight der fight jetzt um dieses level und es geht jetzt für mich hier darum kann der s&p hier diesen neuen kleinen aufwärtstrend hier vorziehen und da hochgehen oder sehen wir jetzt hier oben dass der markt dann eher scheitert und dann später hier die welle macht nach unten das ist so ein bisschen gerade der view auf den ich so gucke und ja wo ich mich jetzt entscheiden muss ich habe denn ich nutze auch noch andere tools zum als hinweis auf die ich dann auch noch schaue das wären denn schon noch footprint charts und auch da wird die entwicklung im stereo weitergehen ich gucke dann hier noch auf sowas also auf solche charts gucke ich hier noch mit drauf um halt hier einfach gewisse sachen zu sehen ja und dann das ist dann noch so ein thema hier oben sehen wir jetzt habe das gesehen da 200 kontrakte mal kurz aufgeploppt ja und hier stehen aber nur 100 drin da ist eine kleine eisberg order das heißt hier steht limitiert jemand ganz groß drinnen um das jetzt aber zu erklären da müsste ich jetzt eine ausbildung halt machen ja bis man das richtig lesen kann aber vielleicht der ein oder andere der schon mal im footprint chart gesehen hat der kann durchaus damit was anfangen ja und dann das wäre dann noch mal so das thema auf was ich so ein bisschen schauer als orientierungs marke gut so hier oben kommen jetzt an so eine große oder dran mit 430 kontrakten da können wir jetzt mal gucken wie die gehandelt wird und die liegt auch genau an zum preis bereichen das könnte ja das heißt an so einem interessanten preisbereich wo jeder halt gerne handeln möchte und ich werde jetzt hier nicht einfach dort jetzt in den markt reingehen aber jetzt immer genau an das level dran so die order ist durchgehandelt worden jetzt gucken wir mal ob bei dieser order wir merken uns die die lag auf der 80 jetzt merkt man auch mal die worte jetzt durchgehandelt normalerweise kann man das dann wenn der markt jetzt nicht wirklich höher geht sogar das als kleinen schrotraten von der 80 zum beispiel bis zur 76 jetzt wird bei der 80 weiter aufgeladen ich mache es mal hier ein bisschen größer das ganze so also die 80 wenn die halt hält dann wäre das okay wenn der markt dazu geht dann soll halt weiter steigen ja wie gesagt wir sind ja stark gefallen ja und von daher wie gesagt die lange seite ist dann schon zu bevorzugen aber das wäre jetzt ein ziel und dann ganz gesagt ein extremst aggressiver short scalp ja an der 80 halt reinzunehmen und und dann zu gucken ob der markt hier bis zu 77 fällt so wie gesagt aber ein punkt jetzt mit einem kontrakt sind fünf euro nach kosten bleiben da zwei euro übrig das ist ja die frage ob man das dann halt handeln muss wenn man jetzt hier den anderen chart mit offen hat dann sieht man es hier jetzt sind hier schon mindestens 1000 kontrakte hier schon getradet wurden das heißt also hier sitzt jemand da und verkauft dieses preis level und wenn der markt da so ein bisschen das halt annimmt ja und respekt davor hat dann wird es auch erst mal hier ein klein stück runter gehen jetzt sind wir hier von der 80 zwei punkte gefallen ja und das wäre dann wie gesagt extremst aggressiver trade aus dem order flow und wenn die käufer entsprechend groß bleiben dann wird der markt auch weiter steigen können ja also hier unten seht das mal zum beispiel da seht ihr ja auch da der markt hier ich halte das bild mal kurz an hier halt natürlich verkehrt jetzt hier da der markt 2000 kontrakte getradet auf diesem level und ist ja trotzdem weiter gestiegen aber dass das ist hier so ein bisschen ein klein also der versuch jetzt auch hier gerade mit diesen schnellen spikes auf der oberseite zeigt schon dass man es versucht aber halt nicht wirklich schafft und da müssen wir jetzt mal sehen bis zum ende der fünf minuten kerze ob sie es denn mit der neuen denn schaffen ja und das ist zumindest jetzt erstmal ein kleiner gegner der hier hockt ja nur weil der hockt heißt es jetzt nicht dass der markt zwingend fallen muss ja sondern das ist dann halt eine zwischenstation die muss man halt rausarbeiten können dennoch sind wir halt ja wie gesagt auf stundenbasis an einem level dran was auch sehr gut als widerstand fungieren kann ja die 80 also die 79 25 ja und von daher kann dieses level halt auch respect haben und dass der markt dann jetzt hier mit der neuen fünf minuten kerze noch mal ein stück korrigiert wie gesagt die 75 wäre jetzt das ziel ja dass er noch mal das hohe level hier von weiter vorne an reicht und jetzt immer hier mit beginn neuer fünf minuten kerze der markt jetzt hier erst mal runter gut jetzt gucken wir mal wie weiter runter fallen kann und wie stark hat die käufer hier am ende sind so okay dann mal gucken ob ich mich jetzt dann so darauf einlassen kann und mal sehen welche seite ich jetzt trader ist immer schwer zu hause rede ich nicht da da klicke ich dann nur das fällt in dem webinar und es kennt ja auch von dirk immer wesentlich schwerer und manchmal da hat das sieht man auch gewisse dinge nicht die man denn erst sieht wenn das webinar dann wieder aus ist gut dann gucken wir mal also bis jetzt muss man sagen der 80er bereich gefällt mir noch mal ganz gut leicht noch mal einen kurzer short trade möglich an der 80 rein aus dem order flow jetzt heraus und aus der beobachtung heraus vom candle chart her und ja für neue long für neue long wird sie eigentlich erst interessant unter der 77 25 also das heißt ich möchte hier denn schon sehen also eigentlich möchte ich hier oben oder jetzt hier nicht long gehen dass die kerze zu höher gehandelt wird weil ich will mich jetzt war nicht gänzlich dagegen stellen aber es wäre mir zu hoch ja also die langs haben hier unten irgendwo sinn gemacht aber jetzt hier in den long einzugehen zu mir absolut zu kritisch und da würde ich halt die longs eher suchen unterhalbs noch fünf minuten kerze oder vielleicht noch mal ja wenn er hier noch mal die stops der holt die in fünf minuten nach nachziehen ihre ihre stops dass der mark kurz da drunter wischt und dann darf auch von mir aus gerne wieder steigen so also die shorts kommen jetzt hier langsam durch hat ein bisschen gedauert drei minuten aber bis jetzt sei jetzt mal von der idee her war es nicht verkehrt getradet habe ich es jetzt noch nicht aber bis jetzt ganz gut hier unten jetzt der short ist mir dann auch wieder zu weit weil das sind jetzt hier auch schon wieder acht punkte also das heißt wieder 40 euro plus kosten an stop pro kontrakt und mein ziel wäre jetzt ja nur dass der markt durchwischt durch das tief der letzten fünf minuten kerze gut ja ich glaube ich habe jetzt den trade verpasst also die 80 wie gesagt waren es dann am ende doch und passt ja sehr gut mit unserem auf stundenebene mit dem widerstandsbereich extremst gut zusammen aber es ist auch so selbst wenn ich jetzt hier drin gewesen wäre am ende weiß ich ja auch nicht wie weit ich den trade hätte halten können vielleicht wäre ich nach einem punkt rausgeflogen nach zwei ja auch hier wenn man jetzt den stop nachzieht über einen minuten chart muss man hier aktuell ja fünf sechs punkte schon wieder eventuell her schenken und wir sehen auch dass der markt ziemlich so ja ich sag jetzt mal schon er ist ja sehr 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 mir hat wie so eine kleine zickige sau da so ein bisschen hin und her geht also man merkt schon dass so richtig rund ist es nicht also es wird halt sehr viel market gerade drauf gehämmert okay jetzt immer hier unter das tief der letzten fünf minuten kerze also von daher wie gesagt der short aus dem order flow heraus vielleicht das noch mal als sichtweise also hier 1400 kontrakte worten schlussendlich nicht wirklich überboten und vom risiko her wenn man sätze sieht natürlich 80 risiko zwei punkte aktuell ist der markt hier wer hat 12 13 punkte gefallen und wie gesagt aus dem stunden chart heraus passt es auch ganz gut also hätte ich mich dafür entscheiden sollen ja und habe es auch nicht gemacht gut jetzt kommt hier wieder ein bisschen druck rein und es ist am ende genau dieses dieses dieser verlauf der der es dann halt so so teilweise denn so schwer macht nämlich wie es gerade schon gesagt hatte wir haben hier eine trend umkehr formation die läuft in den widerstandsbereich hier hinein eventuell und dann ist halt immer die frage nehme ich das risiko an der stelle man hätte nehmen sollen aber gut das ist es immer hätte hätte fahrradkette ja und die frage war ja geht es jetzt hier so hoch oder von dort aus darunter jetzt wissen wir dass es runter ging eine relativ lange eine relativ lange kerze aber ich habe ja auch meine bedenken geäußert gehabt dass ich mich mit short heute in so einem umfeld extrem schwer tue weil weil der markt hat vorbürstlich schon so stark gefallen ist aber zumindest jetzt von der annahme her mal sehr gut gewesen dass als kombination dass der preis bereich hier oben ja ein guter bereich war für einen short trade und das innerhalb einer weißen oder einer starken fünf minuten kerze da muss man halt auch erst mal drauf kommen dass der markt jetzt so sauber und so konsequent denn runter läuft in der fünf minuten kerze ist natürlich schön und zeigt dann jetzt doch dass der druck von oben einfach da ist und man hat am ende hier extrem sauber hat diese beiden punkte gerade ja extrem sauber aber sehr recht sauber er hat diese beiden punkte hier gehandelt und gespielt wie man so schön sagt also das war am ende schon sehr gut ich weiß jetzt nicht der durch würde wahrscheinlich sagen parität umkehrt und sowas ja also dieser punkt halt extrem sauber und die entscheidung rein vom risiko her gesagt hier unten sind die longs okay bis da hoch vollkommen legitim wenn es so runter geht wird man halt ausgestoppt mit seinen longs auch legitim deswegen habe ich gesagt springe ich hier in den longs halt hier erstmal nicht rein und wer hier den short jetzt gewählt hat klar jetzt sieht man es wäre in dem fall halt die bessere variante gewesen aber gut habe ich am ende nicht gemacht gründe sind ja bekannt so dass noch mal ganz interessant warum ich da zumindest jetzt rein analytisch da weiß jetzt nicht ob der dauert das auch so gut gehandelt hat können wir hier auf den dauerart draufgehen wie gesagt der dau ist können wir hier und gehen wir hier auf die stunde und da sieht es halt dann doch schon ein bisschen anders aus war aber gut das ist jetzt ja auch den chart an so ja da war es ja gut hier sieht es doch schon recht anders aus das bild da haben wir diesen sauberen verlauf den der s&p jetzt hier gemacht hat hat das stehen wir schon weit runter also da sind wir viel zu tief also klar am ende ist der dauer ein eigener index aber das tiefer sich hier markiert habe im s&p das war dieses tiefer gewesen so gesehen haben wir es halt vorhin getestet von unten ja von unten dran und dann weg und jetzt hier haben wir gerade mal die hälfte getestet der letzten stunde ja also da ist seit ein anderer verlauf aber aber hier auch an diesem lokalen tief also am tag ist tief der dau schon dran gewesen da gab es die reaktion auf der oberseite erst mal 100 punkte hochgelaufen da sind das hier 200 punkte 100 punkte hochgelaufen jetzt halt auch wieder runter ist ja auch okay gut ja aber trotzdem aus so einer formation heraus so nach unten zu drehen da muss man halt auch drauf kommen also von einem hoch aus denn so eine kerze runter zu machen dass das können halt die amis können so was ja und am ende halt diese punkte zu shorten als sich auch zu trauen da den short einzugehen wenn man es hinkriegt dann ist es ein guter hat man echt einen guten punkt erwischt cv ist natürlich hier richtig gut aber ich wüsste auch dass ich hier auf dem weg hier nach unten dann auch mit fast ein draußen gewesen wäre also das nämlich nicht komplett mit das das kann ich euch auch sagen okay so die gut ja bis jetzt noch kein schreck gemacht für mich aber auch okay ja jetzt wäre es halt nun gut rein von der analyse her bei mir dass ich jetzt hier irgendwo ein signal bekomme wo ich eine unterstützung sehr was mir nicht so wirklich gefällt heute hier ist das chartbild schon recht unsauber also sehr stark und sehr viele überlappende kerzen mag ich eigentlich nicht wirklich so ein bild so jetzt holen wir uns das die letzt das tief der letzten fünf minuten kerze jetzt aktuell wieder ich würde jetzt wahrscheinlich ach so wir haben ja nur bis wie lange haben wir eigentlich zeit nelsen keine grenzen gesetzt also normalerweise angelegt bis 16 uhr aber ich habe keinen zeitpunkt so lange du möchtest 16 30 wird es wahrscheinlich schon mehr hatten wir kein problem super so jetzt gucken wir mal also was ich jetzt vielleicht machen werde da ich jetzt keinen zugriff auf markt jetzt hatte wie gesagt ich kann ja den markt nicht machen wie ich das gerne hätte da ich jetzt kein zugriff auf markt hatte bis jetzt brauche ich jetzt irgendwie mal muss ich höchstwahrscheinlich die stunde abwarten also die volle stunde so hier jetzt auch noch mal schön ran gelaufen da dran mal gucken wie jetzt das ende der fünf minuten kerze aussieht wird jetzt höchstwahrscheinlich so auch doji werden also oberhalb der 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 70 wäre dann noch mal ein long trade möglich dass der markt halt nach oben rausgeht und ansonsten müssen wir wahrscheinlich mit weiterfahrenden kursen rechnen die apple aktie sieht ja heute auch ganz schön scheiße aus sehe ich gerade so ok so vielleicht als idee wie ich das ganze dann handel und zwar gehe fange ich immer von unten an wenn ich jetzt sage ich möchte ein limit haben nehme ich das limit und ziehe das dann an die stelle wo ich dann haben möchte warum da sehe ich denn den kurs den ich halt gerne sehen möchte also das heißt hier wenn ich dann sage ich möchte jetzt hier rein dann ziehe ich mir das dahin ihr seht ihr jetzt hier den den preis so jetzt habe ich natürlich genau den dato hoch gezogen das geht natürlich nicht so also ich lege das limit jetzt mal auf die 66 5 das ist natürlich der nachteil vom limit wenn man halt rein will so jetzt sind wir hier per limit drin und ihr seht jetzt wir sind hier direkt wenn sie jetzt so hoch laufen würde wären wir jetzt hier direkt im gewinn so jetzt haben wir das hoch hier überschritten wie sagt der stopp liegt irgendwo hier unten den muss er hier halten so und zweit mit rein ich hole euch mal das hier her dann sieht man es mal wie sagt stopp ist dann unter dem tief der 5 minuten kerze da würde ich dann rausgehen also auf der 66 und dann kommt jetzt neue der neue trade dann rein und wie gesagt manchmal kann es halt gut sein dass wir halt gefüllt werden das hat jetzt nicht geklappt was ich jetzt nicht sehen möchte ist dass wir komplett ja diese letzte 5 minuten kerze abverkaufen das wäre natürlich jetzt genau so ein ding dass es am hoch wieder komplett runter geht das letzte limit liegt auf der 3 dahin auf die große order so da seht ihr das da waren wir jetzt genau mal nach dem plus minus null und unter dem tief der 5 minuten kerze muss dann halt raus so das muss jetzt erhalten dass der preis bereich dann wäre es okay ich klicke das dann auch market raus das heißt wenn der markt jetzt hier runter fällt die 5 minuten kerze dann doch tief schließt bin jetzt davon ausgegangen dass die 5 minuten kerze am ende der 5 minuten kerze hoch schließt halt hier die tps nochmal weg schieben etwas höher schließt und wir sozusagen hier dieses preis bereich am ende hier überschreiten was wir halt nicht geschafft haben ist dass die 5 die 1 minuten kerze hier hat es nicht geschafft oberhalb der 68 5 zu schließen von daher kommt da denn schon der druck rein und ja wenn die 5 minuten kerze jetzt tief schließt dann warte ich die erste minute nach ab und dann kriegt man halt höchstwahrscheinlich wirklich einen tiefen kurs aber ja das das wäre dann okay ja hier seht ihr jetzt wie das wieder account halt schwankt und ja jetzt mal gucken müssen wir natürlich jetzt die letzten zwölf sekunden der 5 minuten noch eine minute haben wir noch mehr ja wie gesagt also das gefällt mir eigentlich jetzt nicht wirklich die die kerzen von der vom verlauf hier sollten wir jetzt das hoch der letzten minute überschreiten im versuch so jetzt die letzte minute der 5 minuten kerze da müsste man jetzt etwas sehen aber jetzt kommt schon der druck rein wie gesagt so 100 euro riskiere ich da immer mal ja jetzt warte ich noch das tief der letzten der letzten also bruch letzter 5 minuten kerze ab und mal sehen ob wir denn dort nochmal den das das tief getradet bekommen ansonsten bin ich dann halt raus aus dem trade so letzten 15 sekunden kerze sieht bis jetzt nicht schön aus wir halten die 63 hier da ist so ein bisschen footprint chart hier sieht man es da unten die gelben preisbereiche die werden hier gehalten aber der markt kann nicht nach oben wegziehen ich habe jetzt darauf gesetzt dass der markt hier nach oben weg zieht und den preislevel als den point of control schafft du bis jetzt nicht von daher sieht der trade jetzt ziemlich gut so jetzt warte ich jetzt noch ab wie der markt jetzt durch das tief durch geht und wenn er durchs tief durch geht und dann mit der minute nicht darunter schließt dann wäre ich raus ansonsten würde ich noch mal noch mal ein long nachnehmen ich habe jetzt drei drinnen also ich habe jetzt noch den vorten drin habe ich jetzt im market geklickt und dem würde ich jetzt aber auch gucken dass ich den schnell rauskriege also die die minute muss oben schließen ansonsten gehe ich raus die minute hier diese zehn sekunden noch maximal noch die neue aber dann bin ich halt raus wenn es 100 euro risiko jetzt gewesen und dann müsste ich halt auch darauf setzen dass der markt dann das tief auch noch mal rausholt und dann würde ich halt mit neuer stunde dann halt noch mal schweizern so jetzt die neue minute wie gesagt wenn wir jetzt das hoch der minute ja mal rausnehmen würden dann wäre der druck ein bisschen raus und dann könnte man hier zum ende der stunde noch was sehen aber ansonsten müssen wir ja wahrscheinlich davon ausgehen dass wir hier schief liegen bis jetzt will er dann nicht wirklich höher schade also dass das tief hier was vorhin gekauft wurde wird aktuell noch nicht wirklich gut gekauft und da muss heute immer damit rausgehen dass da vielleicht auch noch mal ein schub auf der unterseite kommt so jetzt wenn wir jetzt das jetzt haben wir das hoch der minute gebrochen das wäre jetzt okay der trade gefällt mir gar nicht also wir bräuchten den entscheidenden schub auf der oberseite durch die 63 50 was ja vor was der point of control ist da muss es drüber gehen genau so und jetzt war es also wie gesagt das ist ein geretteter trete also mit ach und krach das ist natürlich jetzt alles das ist kein schönes beispiel hier so mal sehen wie weit sie die kerze bekommen also ziel wäre jetzt natürlich das hoch der fünf minuten kerze rauszunehmen dann hätte man den trade sogar noch mal ins plus gedreht so jetzt muss gucken dass ich das risiko rauskriege hier für den trade so den mittleren schweiz habe ich jetzt mal rausgekickt ja das ist jetzt mehr lack so jetzt haben wir noch den unteren schweiz drin also am ende hat denn doch die reaktion hier am tief na aber das ist halt lucky punch also würde ich jetzt nicht als als heldentat sehen aber manchmal ist das trader leben halt auch müßig so jetzt gucken wir mal hier das schöne wert also die liquidität sitzt hier auf der oberseite ja also bist du hoch wir sind jetzt mit dem trade in summe im plus kommt der markt jetzt kann er die minute hier nicht drüber halten über der 69 über der 70 hier sieht man unten rechts im 15 minuten schad jetzt nun kurz vor ende der kerze also wir haben jetzt noch eine minute macht er die reaktion und kauft jetzt hier diese 65 also ja wer sich so ein bisschen thema instab außenstab damit auch was ja auch beim dirk im forum viel diskutiert wird damit befasst hat er aber es hat halt extrem lange gedauert und fünf von mir aus hätte er sich diesen zweiten test hier unten sparen können also dass das hätte er jetzt nicht machen müssen aber am ende hat er es gut gemacht und die bewegung die er jetzt macht die hätte ich halt gerne vorher gesehen so also ich habe jetzt den trade halt hier raus gehauen er plus minus 0 und der letzte ist halt noch drin 30 euro jetzt vorne ich weiß gar nicht 70 euro lag war hinten als am ende wie gesagt ein extrem schlechter trade weil wir 70 euro hinten lag und letzte vielleicht 30 euro oder 40 rausgeholt haben als sei denn die kerze läuft jetzt noch durch dann wäre es noch okay ich würde jetzt sogar was ich zum beispiel eigentlich nicht wirklich gerne mache ist zur stunde zum stundenwechsel drin zu bleiben was jetzt aber ist dadurch dass wir es geschafft haben auch über der der 69 68 50 drin zu bleiben also ich lasse den stopp jetzt hier unten drin ich riskiere es jetzt wenn jetzt der markt das nur noch mal antestet die 68 50 und dann noch mal hoch geht dann wäre es okay ansonsten bin ich halt raus jetzt gleich so jetzt hat er das noch mal genau angetestet und jetzt müsste halt direkt in der minute weg ziehen komplett weg also ihr müsst am ende der minute bei 71 stehen dann wäre der trade okay denn hätte es gehalten da habe ich genau hätten sie genau sozusagen die 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 letzte minute hier angehandelt nur ja also dass die letzte minute hier angehandelt und dann weg wenn jetzt dadurch geht dann gehe ich davon aus dass wir hier auch die lange ein minuten kerze denn auch noch weg weg korrigieren wieder nach unten deswegen bleibe ich dann da nicht drin also am ende ein kleiner trade und wenn ich jetzt hier gefällt werde dann ist für mich okay aber da bleibe ich jetzt nicht länger drin gut dass immer raus kann natürlich sein dass wir natürlich jetzt auch was das jetzt die minute noch höher zieht aber also worauf ich halt achte oder was ich dann halt sehen möchte wenn sich eine kauf oder jetzt sicher hätte entwickeln sollen also also das war halt sehr schnell dass die bewegung jetzt hier nach oben war sehr schnell sehr schnell heißt erstmal nur eindeckungen und wenn sich daraus wirklich was entwickelt dann muss es nach dem schnell der müssen diese außen kerzen auch im ein minuten chart meines achtens nach gehalten werden das heißt der markt muss dann so laufen muss hier halten und dann so weg dann ist okay also ich sag jetzt mal sowie sowie hier nach der kerze also da wird der außenstab gehalten am ende zur hälfte abverkauft und dann geht zeit weiter dann kommt hier der nächste außenstab der hält wieder und dann geht es halt weiter kommt der nächste außenstab der wurde halt sehr stark korrigiert na genau da drauf noch mal das war ein bisschen too much aber gut so jetzt mal gucken also kein schöner markt aktuell ja lucky punch sozusagen und am ende hat halt so ein bisschen der order flow hier unten das gehalten ja ein trade habe ich genau am tief rausgeklickt auf der 60 50 und derzeit hier mal gucken also wie gesagt vom von fünf minuten chart sieht das natürlich echt alles hässlich aus und am ende ja ich sag jetzt mal also das ist kein trade mit dem kann mich nicht bekleckern okay dann könnte man hier können wir den auch noch mal reinziehen den trade hier also wie gesagt die anderen habe ich hier zu null rausgegeben so das war meine drei und den füllt den tiefsten füllt den habe ich noch am schlechtesten punkt rausgehauen also das waren jetzt die vier kontrakte wie sie halt beendet haben so das problem heute hier einfach an der geschichte ist und das ist halt so nervig dass die märkte auf der einen seite gekauft werden aber sie kommen halt nicht höher und was halt auffällig ist und wer es sich mal die struktur ja anschaut von von diesen märkten aktuell und ich hasse diese märkte deswegen weil der markt immer von einem hoch also die kerze schließt an einem hoch und man denkt mensch jetzt immer so stark gefallen eine fünf minuten kerze oben geschlossen und dann fällt der ganze salat sowie jetzt wieder zusammen schaut euch mal an wie der markt also hier auch der markt geht über das hoch der fünf minuten kerze ja und fällt so hier schafft er ist das war jetzt sehr meine idee die ich auch so ein bisschen getradet habe dass der markt drüber geht und dann weg geht also hier das hier das war also meine idee am ende hat die minute ja nicht darüber geschlossen das war halt da war da hätten schon ein theoretisch die alarmglocken angehen müssen so dann auch hier vom hoch aus fällt der markt erstmal nach unten denn schafft er das zu überschreiten und auch hier die kerze schließt ja schon auch relativ weit oben und dann geht es halt hier direkt runter und genauso auch hier der markt schließt relativ weit oben die kerze und es kann halt sein dass die amis die kriegen das halt hin und fallen dann in der folge fünf minuten kerze komplett in sich zusammen und von daher bekommt man es ganz schlecht hin den trade überhaupt zu halten in dieser struktur und ja am ende kann ich froh sein dass ich raus bin weil jetzt seht das korrigiert das auch wieder in der fünf minuten komplett weg und eigentlich wenn man jetzt dass das das bild hier zusammenschieben ja oder oder hier im fünf minuten schaden wir machen den mal hier an also hier im 15 minuten schadet das ja schon auch aber wenn man jetzt schaut euch mal hier das an am ende ist das nur ein sinnloses hin und her gediller und ja die der der eine entscheidende punkt hier oben gesagt den haben wir jetzt nicht genommen und hier unten die longs er hat die waren schon für mich dann doch recht tief gewesen also der hier war dann im verhältnis dann doch zu hoch aber die die letzten waren schon ziemlich tief gewesen ja wird halt immer hässlicher das bild das kann jetzt sein jetzt dass hier ein box set abkommt und das dann der nächste die nächste fünf minuten kerze wieder oben schließt aber das ist halt alles ja wie gesagt alles rotz dann wenn das so kommt ja ja wie gesagt außer späß nichts gewesen wahrscheinlich jetzt können wir mal gucken also 18 euro 70 verdient für 80 euro risiko also da kann man sich auf alle fälle nicht mit mit ruhm bekleckern gut gut jetzt gucken wir mal hier ob das box set abkommt ob ich setze technisch trader also markt nimmt das tief der fünf minuten kerze raus jetzt gehen wir hier schon am ende der kerze hoch so ich habe es mal genommen in einem kontrakt stop loss gleich hier drunter tp nehme ich hier hoch ja sieht ein affenmarkt her vorm herrn er was halt das interessante ist jetzt gucken wir mal wie weit er jetzt hoch geht es ja nur ein trainer also jetzt geht es halt nur hopp oder top so also mein tp ist jetzt hier oben ihr könnt natürlich jetzt auch hier mit dem stop loss arbeiten wie auch immer jetzt immer genau an die 60 heran gelaufen 60 50 heran gelaufen na gut also ich bin jetzt heraus in der minute der markt kam mir von hier aus wieder zu stark zurück wie sagt in so markt muss weit gucken kann auch sein dass es jetzt höher geht das interessante jetzt hier am ist prinzipiell und das ist immer spannend zu sehen also es waren jetzt hier 1 euro 50 45 hier also von hier bis hier bis hier wäre es ein bisschen besser gewesen interessant ist jetzt wenn man hier mal schaut was halt ganz gut sein kann ihr seht die blauen punkte sind hier unten ganz gut gesetzt also der und der zumindest ja wenn man jetzt die sind ganz gut gesetzt ja und die roten punkte sollten das seht ihr ja auch wo die sich jetzt vermehren ja und wie gesagt für mich ist das natürlich jetzt für andere ist das die roten punkte sind denn short entries und für andere halt die long entries ja und darum geht es halt dass man hier versucht dann innerhalb dieser struktur die jetzt mehr und mehr zu einer range wird dass man hier her geht und versucht dann halt hier so tief wie möglich die longs zu handeln in der trading range und so hoch wie möglich die schwarze und die spannende ist jetzt gerade hier so ein bisschen aber der markt wie gesagt extrem viele überlappende kerzen kaum eine eindeutige richtung und von daher ja klar wenn man alleine vorm rechner sitzt dann vielleicht im scalping modus als noch mehr scalping modus anmachen da mag sowas gehen aber zum beispiel jetzt hier unten so limits reinlegen ja also hier so limits reinlegen das mache ich auch relativ wenig relativ wenig dann weil ich auch immer eine bestätigung brauche von so einer trading range also das mache ich auch nicht wenn ich gut vorne liege und gutes gefühl habe aber heute ich habe es ja schon gesagt der markt nervt mich also hat mich ja heute schon aufgrund der vorbörse angenervt und deswegen zumindest die preisbereiche hier bestätigen sich halt immer mehr also das heißt wenn ihr hier anfangt mit waagerechten linien zu ziehen dann kommt das ganz gut und ihr seht auch hier entsprechend ja wie gesagt kann der markt nicht machen wenn der markt hat fünf minuten hoch geht fünf minuten fällt da drin jetzt zumindest kein großes risiko zu haben und versuchen die trades gut zu setzen das ist denn schon aufgabe aber selbst da fällt es mir echt schwer sinnvollen entry heraus abzuleiten und ja also die tendenz ist definitiv immer noch abwärts ja und die neuen levels hier unten die kann man ja schon mal auch einzeichen also hier drunter liegen noch mal sicherlich paar stops dann unterm tagestief mehr und da muss man halt einmal gucken wie der markt denn dort handelt ganz interessant ist vor allem für mich hier dieser punkt hier die 57 5 da hat der markt nicht einmal drunter geschlossen bis jetzt ja aber das hier zu handeln klar wenn man jetzt überlegt man kann hier immer drei vier punkte halt rausholen ja der mag das okay sein aber es ist halt für mich schon nicht so schön der handel da musst du maschine sein gut wenn ihr fragen habt sind gerne noch mal her damit falls ihr so fragen habt zum trading halt allgemein dann oder zum zum traden mit zum beispiel im s&p mit den futures wenn ihr dann noch fragen habt dann schreibt mir dann wäre ich jetzt noch ein paar minuten da wie sagt am ende jetzt heute hier 20 euro rausgeholt ist hier in der session 23 30 gut das das haut manchmal aber auch nicht ganz genau hin und ja aber es ist ehrenkrampf also es ist ein markt wenn ich den markt sehe dann trade ich relativ wenig und wie gesagt ich würde ihn trotzdem weiter noch von der langen seite treten weil die shorts mir doch recht schwer fallen würden aufgrund wenn ich in den 15 minuten chart gucke und hätte natürlich so wie jetzt auch hier zum beispiel schon meine probleme wenn der markt hier bei 68 50 schon zu hoch ist ja dann klar dann habe ich da auch probleme und ich muss halt immer darauf setzen dass der markt sagt okay das ist tief und wir holen jetzt hier die stops dann über die hochsten raus also das heißt dann hier kurz drüber und dann erstmal wieder runter dann sehr weit runter weniger runter und dann nächste nächstes level bis dann wie gesagt dann da hoch geht wieder an die 80 rein aber das ist das wird wahrscheinlich heute extrem nervig werden eventuell dann 20 uhr heute kommt spacebook noch mal raus das wird noch mal interessant 16 30 jetzt noch mal ölmarkt das könnte vielleicht noch mal eine rückkopplung auf die märkte halt geben ja und prinzipiell ihr seht hier unten die blauen da wo sie die unteren drei sind zumindest hier unten gut gesetzt also das ist halt wichtig zu erkennen wenn ihr euch die trades immer einzeichnet also das waren die guten trades innerhalb derer wo man die longs eröffnen sollte und das wäre und die shorts entweder öffnen oder schließen denn in diesem bereich ja und dann da da seht ihr hier das level was der markt halt auch macht ne so also hier angeholt das dinge bis zur 72 5 und dann wieder retour erst mal naja halt ein richtiger affenmarkt das 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 interessante an der ganzen geschichte ist ja manchmal wie gesagt es gibt tage da kriege ich sowas auch hin dass ich halt genau dass ich das so gut drauf habe dass ich genau dort auch ein limit hinlege und sage der markt läuft diese limits halt an und das ist auch gut so bloß an tagen zum beispiel wie heute wo man auf eine bewegung zum beispiel setzt oder sagt okay der soll das level hier holen die 72 5 und weiter gehen denn und dann sieht man mit der nächsten minute fälle hier gleich wieder fünf punkte zurück ja fünf sechs punkte zurück wenn man da darauf wartet dass der markt das bricht und mit einem stopp unter einem tief nach ein minuten kerze wird alles ist eh alles zu spät also von daher wäre sogar hier optimum gewesen den letzten trade den ich hier hatte auch da oben zu beenden also das sieht man natürlich jetzt erst logisch ja aber das wäre durchaus der fall dass man da drauf denn hier nur wirklich von level zu level traded aktuell oder und und ohne großartig stop loss nachziehen und so weiter aber das ist jetzt die phase die sich jetzt nun halt hier verändert die man halt erkennen muss und in derer man sich dann zurecht finden muss und dann muss man für sich halt überlegen handel ich das wenn ich handel wie handel ich es ja also oben short und long aktuell funktioniert so lange bis der markt halt seine levels dann bricht und eine seite wird rasiert werden so das heißt ich würde darauf setzen dass oben die seite rasiert wird was meine ich damit ich würde darauf setzen dass der markt halt am ende gibt es aus dieser trading range heraus einen gewinner einen verlierer logischerweise und ich würde darauf setzen dass ich würde immer optional handeln also unten long option der markt geht höher und weiter ja um halt einfach über die vorhergehenden levels rauszuholen das wäre meins der short trader als solches der handelt halt in der struktur genau die andere seite das heißt er sucht hier oben die shorts ja da wo ich halt rausgehe aus den long da sucht er sein short entry und hat immer die option dass der markt hat nach unten weg fällt so eine seite wird rasiert welches ist problem ist halt wenn man oben drin ist und der markt kommt nicht mehr runter und geht dann raus wird man halt ausgestoppt geht man hier unten mal long und der markt fällt halt durch also geht man hier unten long und der markt fällt dann irgendwann durch da wird man halt logischerweise auch rasiert also da kommt es halt darauf an dass der markt halt zur rechten zeit auf die richtige seite geht ja dass man sagt okay ich gehe jetzt hier unten long und der markt geht halt nochmal hoch bevor er halt unten durchfällt ja das wäre halt das einzige gute ja okay gut ja fragen scheint keine zu geben dann hoffe ich doch mal dass ich alles gut erklärt habe kannst du die den chat sehen oder sind ein paar fragen wahrscheinlich nee ich warte mal nee ich habe ja in den chat geguckt der chat ist ja nur für uns genau warte mal wo sind meine frage das fragefenster warte mal ansicht ah ja nee halt fragenfenster ich habe es wahrscheinlich warte ich habe es gerade weg geklickt vorne ah da hinten ist es ah ja ah jetzt sehe ich es ah ja gut vielen dank so was haben wir denn hier gut dann machen wir es mal wie folgt ich habe ja gesagt bis 1630 wie gesagt in dieser affen range handle ich nicht sorry für den ausdruck aber sowas nervt mich echt an also ich gebe mich dem jetzt nicht hin und ich werde mich einfach mal ich werde mich einfach mal hier der fragen widmen die ich ja gar nicht beantwortet habe so okay es sind ja doch einige gekommen sorry dafür oh ja jetzt ich habe gerade jemand hat gerade geschrieben gold ist gebucht also das heißt ja das ding ist ausverkauft so ja wünsche gibt es immer wieder manchmal treten sie ein und manchmal nicht ja strong short kommt also wie gesagt hier in dem kontext ja also in dem die frage kam in dem in dem kontext sehe ich auch den short aber auf der anderen seite aus so einer konsolidierung heraus kann der markt halt auch immer ja wieder entsprechend auch nach oben weg gehen ähm strong short ist es jetzt für mich nicht aber dennoch äh ist der short immer noch da das ziel ja im trading und vor allem ja im kurzfristigen trading ist ja ist ja dass man äh im besten falle sozusagen also wir innerhalb einer struktur handelt die halt einen vorteil bietet und ich mache es mal vielleicht als beispiel an so einem tag äh weil natürlich klar wenn der tag heute den ganzen tag trendig ist dann ist das vollkommen okay und man muss den den short managen aber worauf ich vielleicht hinaus will ist wenn man jetzt zum beispiel hier so was hat auch wenn das vielleicht vorböse ist aber wir sehen das ja den 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 markt oder ich mache ich ich tue es einfach mal hier so abtrennen ja wir sehen ja den markt ja immer nur bis dahin so auch hier der markt ist an seinen tiefs unter den tiefs ja also das heißt wir sehen hier fallende kurse fallende kurse äh der markt nimmt hier ein level raus ja und fällt halt wieder und äh der short ist ja hier auch vollkommen legitim und ist auch alles richtig und der markt ist auch short also unbestritten an dem fall aber schlussendlich bieten diese möglich also diese diese unterstützungsniveau ist auch immer möglichkeiten dass sich jetzt hier in dem fall gab es immer ein bein halt mal halt den pfeil ein bein nach oben was aber fehlt ist sozusagen das zweite bein also die fortsetzung und deswegen bleibt ja der markt in einem trend das gleiche genauso wie auch in dem aufwärtig trend auch hier in dem abwärtstrend so wenn wir jetzt das bild dann hier weiter weiter weg schieben dann sehen wir dass halt aus diesem heraus auch wenn das jetzt sehr massiv ist aber und das wenn man hier sozusagen die antizyklische seite hat und man erwischt dann diese bewegung hat man halt den vorteil und auch genauso auch hier wer halt hier zu hoch denn long also wer tief long ist also hier long ist den mag es noch ganz gut gehen wer aber das hoch long handelt ja dem den kann es dann wieder teuer werden und wo was macht der markt dann wieder er rasiert halt hier alles raus das heißt unter dem tief wieder wenn man unter dem tief guckt und hier die long sucht ist es wieder ganz gut und das macht ja den unterschied aus dass man halt hier auf diese struktur halt schaut in der man dann halt handelt ja also ist die diskussion natürlich ist immer abhängig vom vom fokus vom risiko von der struktur und so weiter und so fort und es geht mir überhaupt nicht darum dass ich sage der markt ist nicht long oder nicht short geht mir nur darum zu sagen für mich ich muss überlegen wie wie handel ich hier wie gesagt wenn man hier oben den short handelt ja hier den short handelt dann hatte man gerade eben die option hat man jetzt die option weiter short zu handeln im trend ja also das heißt der markt geht hier runter und diesmal option wenn man das davor gehandelt hat ja dann muss man halt jedes mal wieder auf null zurücklaufen lassen oder geht halt vorher raus und ist vielleicht danach nicht dabei who knows keine ahnung das passiert ist ja ganz normal im täglichen handelt wenn jemand jetzt hier direkt den long gehandelt hätte per limit ja der ist halt hier eventuell long der war vorher im long der war hier long so wie wir auch und hat halt entsprechend hier gewinnt trades vorher gemacht ja und für mich wie gesagt ich habe gesagt ich halte mich jetzt raus ich warte da und habe deswegen jetzt sicher kein long platziert vielleicht gerade glücklich oder weil ich gerade fragen beantworten möchte ja also in dem fall glücklich und ganz gut dass ich es halt nicht gemacht habe der markt hätte mir jetzt hier auch keine chance gegeben für den long weil ich brauche für den long halt immer die gegenbewegung also ich bräuchte jetzt hier hätte ich eine weiße kerze gebraucht davon weg also lieber gehe ich höher long rein mit dem versuch nach oben weg zu laufen als hier direkt das per limit zu handeln ja aber wenn ich das halt limitiert handelt gehandelt hätte dann wäre ich drin und ja zwei minuten später draußen und hätten vollen verlust gefressen ist aber halt so ist vollkommen okay ja und wie gesagt dass da hat jeder seine stärke und seine schwächen für mich wie gesagt ich habe erst heute hier angefangen ich hatte hier vorne noch mal ein trade gemacht aber für mich war der markt heute zu zu vorbrüßlich zu weit gelaufen dass ich das halt dort gemacht habe so dann also dann war nochmal frage thema ich habe einen schwarzen hintergrund wie verstärkt man die farbe da ich hier unter layout mal gucken hier kann man noch mal farbmodell medium oder rich einstellen da könnten die farben noch mal ein bisschen knalliger werden ansonsten hier noch mal im panel oder im chart team denn vielleicht noch mal durchklickern was einem da gefällt also ob man da was findet welche übergeordneten zeitrahmen schaut man hier maximal zur analyse also ich selber schaue sei jetzt mal so stunde weil wenn ich jetzt in die stunde rein schaue ich mache mir den ja aus wenn ich jetzt hier in die stunde rein schaue ich mache es mal groß dann sehe ich auch den gesamten tag so das heißt ich schaue ich schaue mir auch mal den tageschart an aber jetzt für mich im trading wir sind jetzt hier genau ans tage ans vortag ist tief gelaufen jetzt mal gucken wie die reaktion hier ausfällt bis jetzt im stundenschart auch nur in kerzen und was wollte ich sagen also wenn ich das so zusammenschiebe dann sehe ich ja auch den tag weil der tag ist hier immer abgetrennt durch diese senkrechten linien ja da ist der tag abgetrennt oder hier durch tageshoch tages tief das sehe ich ja vom vortag von daher schaue ich da und für mich jetzt im intraday trading ist es für mich im intraday trading macht es jetzt gar keinen sinn zu gucken und zu überlegen also ich könnte es gar nicht handeln auch weil ja dann die overnight margin greift und ich das auch gar nicht im intraday trading machen würde also ich mir ist es jetzt am ende egal ob der s&p oder der dau ob die von mir aus hier runter fallen oder ob die gewisse levels halten können und dann schlussendlich diesen aufwärtstrend hier dann doch weiter fortsetzen ja so das ist mir am ende vollkommen boogie darauf gucke ich nicht das ist überhaupt nicht meine idee dafür bin ich im intraday trading viel zu hoch gehebelt als dass ich jetzt das handeln wollen würde ich müsste ja hier wenn ich jetzt sowas handel egal wie ich jetzt handel irgendwie sei jetzt mal 70 punkte ziel 100 punkte ziel zu 100 punkte stop ja das sind 100 punkte stop sind 500 sind 500 euro risiko mit einem kontrakt die würde ich jetzt mit meiner art des tradings gar nicht riskieren wollen also dafür bin ich im kurzfristigen trading hier aktiv und würde das halt auch nur in dem bereich hat handeln genau gut also tag ist tief kurz rausgenommen stops geholt und retour mal gucken wie weit es jetzt hier schaffen nach oben wieder weg zu gehen wird sicherlich gleich noch mal interessant werden dann kommen noch zu ein zwei fragen so habe ich ein kurz befehl für die horizontalen blauen linien habe man kann hier sozusagen wenn die markiert ist diese blaue linie dann kann man hier die steuerungstaste drücken und noch mal draufklicken und dann ist die kopiert und dann kann man die einfach verschieben das wäre was genau das wäre noch mal so eine idee wird das vor im profil eingeblendet ich habe es jetzt hier nicht eingeblendet ich könnte aber einblenden lassen ich habe es in einem anderen in einer anderen software trainer von daher habe ich es jetzt hier nicht aber ich könnte jetzt hier über das wie bock oder oder hier könnte ich jetzt auch einfach das über chart mir hier das wollen profil anzeigen lassen so genau das wäre noch eine möglichkeit das ist möglich kann ja mal gucken wenn ich die s so point of control auf der bei mir hier in der plattform 63 25 68 gut also natürlich was man sagen muss man sollte das wollen profil dann eher nicht im mikro anmachen sondern eher im großen anmachen weil natürlich der mikro da passt das volumen nicht so wir können es ja mal hier an ja und ich mache es mir hier an mal gucken wie es hier aussieht also wenn dann würde ich es halt nur im großen anmachen ja dann macht das logischerweise mehr Sinn als im kleinen das ist auch noch hier oben also da gibt es da da muss man das ist auch noch ein punkt den man auch noch bearbeiten müssen dass hier manchmal die volumen daten noch nicht so gut sind wie es in anderen plattform sind aber da kommen auch hin also bei mir ist der point of control ganz knapp auf der aber es kann auch sein das kann auch meiner software immer mal ein fehler sein also das kommt man schon darauf an wie die wie die daten halt so durchgehen und ja im im virtual web gehen halt immer wieder daten auch verloren ja und das kann dann manchmal sein dass je nachdem wie man das auf den tick zusammenfasst oder ja ich habe sie auch auf den tick ja ob man die daten pro tick oder pro minute bekommt gibt es da noch mal leichte unterschiede aber das ist so dann noch eine frage ach so die farbe vom x-frame ach so die farbe vom x-frame die kann man hier einstellen bei wer fragt mich mal wie es englisch ausgesprochen wird opa city also hier in dem fall da wo die 30 steht wenn er da jetzt auf 100 geht dann wird das so wie das denn so aus bei 30 könnt ihr euch einstellen wie ihr das wollt wie stark also die zahlenangabe hier die also die zahlenangabe sobald die linie gerade ist bei mir ist die im stereo trader automatisch drin die zahl also das hat der druck so gemacht dass so weit die linie gerade ist aber jetzt mal gucken ob das alt noch geht mit der karte auch das geht wieder und zwar war es mal gab es mal eine zeit da war mit der schrägen linie die alt taste drücken und loslassen also mit der linken maustaste einmal draufklicken dann ist die gerade ist immer gerade das ging jetzt eine zeitlang nicht also müssen wir gucken mit der twitter 4 da ging es nicht wirklich aber hier geht es jetzt die alt taste drücken mit der linken maustaste einmal draufdrücken dann geht die automatisch horizontal die linie das ist noch mal so ein kleiner tipp ja vielen dank für den hinweis das habe ich nicht ganz gecheckt okay also der markt aktuell eiert jetzt hier unten 16 30 guck mal hier in den 30 minuten schaht wie der rein sieht er sieht auch natürlich richtig nicht gut aus für die longs zumindest für die shorts sieht er richtig gut aus aber dennoch wichtig wird jetzt sein ob wir hier es schaffen unterhalb ja also am tagestief zu schließen damit es mit neuer halber stunde gleich durchgehen kann nach unten ansonsten sollte man durchaus auch wieder eine reaktion nach oben mit in kauf nehmen vor allem oberhalb der 61 dann die chance dass die erholung dann wieder höher geht wieder bis an die 72 das also ich glaube schon das wird ein ziemlicher affentanz werden weil wir einfach wir haben die hälfte der aktien sei jetzt mal steigen die andere hälfte der aktien fallen welche fallen mehr manche laufen seitwärts in usa und das sieht halt nicht gut aus wer so ein bisschen auf die auf die apple akte schaut die eiert jetzt auch noch ja auch mehr seitwärts rum also von daher glaube ich wird es einfach ein hässlicher markt werden also wir haben keine deutliche dominanz in der kasse und deswegen wird es ein affenmarkt und beim affenmarkt heißt es für mich oder ein dillermarkt wie ich so schön sage ist es für mich solange die keine seite oberhand extrem oberhand gewinnt ist es für mich so tief kaufen hoch verkaufen würde neu bedeuten zu gucken dass man hier unten eher die longs sucht ich würde jetzt die halbe stunde abwarten hier oben schon longs zu suchen wird dann schon tricky werden und die shorts die müsste man irgendwo sollte man eher hier oben suchen in dem bereich oder vielleicht sogar hier in dem bereich ob der markt da heute noch mal hinkommt oder nachher kommt das wird dann noch interessant werden je trendiger wir werden desto weiter rutscht der schrottbereich wo man die shorts aufbauen muss nach unten und deswegen wird es dann immer gefährlicher weil wenn das man hier als long nimmt und das ist eigentlich ein neuer schrottbereich den man hier aufbauen muss dann wird es halt ja richtig tricky ja und dann wird es heftig ja also dann ist man zu hoch drin wie gesagt ich bin froh dass ich heute hier mit einem ja rein trade technisch mit einem schlechten entry und dem trade management zumindestens vom risiko her knapp an der grenze mit mir in minus 100 euro und ich wäre auch beinahe rausgegangen am ende mit den glücklichen zwei minuten eindeckung am ende richtig gelegen aber wie gesagt mehr mehr glück als verstand das ganze und die short hat wie gesagt handel ich nicht nicht nach der vorbörse also das kriege ich einfach nicht gebacken zumal wenn ich jetzt mehr vielleicht mal hier noch ganz schnell stellen wir mal ein die uhrzeit machen wir mal die kassazeit an ja 15 30 bis 22 uhr ja da da kriege ich das das so und also wir können das ja jetzt nicht ausblenden aber das lässt sich halt einfach doof darstellen wartet mal ich mache es euch mal das ist halt auch so ein nerv im allgemeinen im meter trader dass das das sich uhrzeit einfach nicht ausblenden lassen und das ist schon finde ich schon nervig jetzt gucken wir mal wie gesagt ich zeige ich mal ganz kurz die kassazeit nur damit man zwar sieht warum warum es mir da auch so schwer fällt cmi also ich muss mal nur schnell die bürste suchen und dem cmi wo ist denn hier wo ist denn hier so 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 das ist hier die kasse so sieht die kasse aus hier machen wir hier fünf minuten schaden so so sieht die kasse halt aus gerade das heißt wir haben hier unter dem tief eröffnet und ich tue mich da halt echt schwer jetzt hier unten sports einzugehen zum tag davor klar ich meine der kann auch bis dahin fallen ist ja auch legitim aber ich tue mir halt einfach schwer ja wir haben und ich hätte vorhin halt eher erwartet dass wir es passt nicht ganz gut hat er sah schon ein bisschen komisch aus so warte mal ich habe es gerade hier nicht gefunden wo ist cmi wo ist futures so jetzt muss passen genau so und meine idee war halt dass der markt hier ja 15 30 dass wir irgendwie so ein bisschen versuchen ja am anfang zum schlusskurs von gestrigen tage hier oben dass wir irgendwie hier sozusagen das sieht man halt auch oft vor allem dass der markt halt so durchdippt und dann hier nach oben kommt und dann das war so meine idee dass wir halt hier irgendwie so diese hochsten anlaufen jetzt eiert das halt hier langsam nach unten wie sagt wir haben jetzt hier den schlusskurs erreicht gehabt vom tag davor und ja jetzt muss man halt mal gucken wie weit das halt noch runter geht oder wie der sich halt da stabilisiert oder nicht also wie gesagt hässlicher markt finde ich und ja sieht in der kasse natürlich schon selten dämlich aus wenn der markt nicht mehr heute hochkommt hätten wir hier sogar ein eisland reversal können wir mal gucken was das bedeutet wenn da morgen denn auch nichts nachkommt auf der oberseite dann ist der ausblick schon eher auf der schrottseite klar zu suchen also wie gesagt das jetzt der kassamarkt ja genau gut das soweit mal mein ja mein ausblick vor today wie gesagt hier das wäre jetzt so ein punkt für eventuell hoch short schon ja wenn der markt ab jetzt runter geht wieder die hochs raus genommen kommt nichts nach auf der oberseite und dann kann es halt weiter runter gehen ja das können die amys halt einfach gut die hochs raus nehmen nichts nachkommt und dann mal gucken was jetzt so unten geht auf der unterseite trotzdem immer gucken dass ihr nie zu tief short seid weil das auch saugefährlich ist wie gesagt vorhin hat man es hier mal gesehen wenn man da zu tief short ist ja dann halt aufpassen wo sind die rücksetzer also ich rede hier immer vom kurzfristigen trading und da möchte ich hier keine solche punkte als rücksetzer aussitzen müssen ja wenn ich jetzt hier unten short gehe alright dann hoffe ich das hat euch ein bisschen gefallen wie gesagt war jetzt nicht gerade nicht ganz so toll das ganze aber es war mal eine idee wie man den future handelt oder wie auch der markt denn schwankt das depot schwankt wenn man die futures handeln kann wie gesagt Möglichkeiten sind mit extrem kleinem konto und als bonbon als ganz am ende wie gesagt dieses bonbon wenn ihr für fx flat und euch für ein konto interessiert dann habt ihr die möglichkeit wenn ihr das über mich eröffnet dann bekommt ihr sowohl das erstgespräch kostenfrei was immer kostenfrei ist aber auch die erste stunde coaching ist kostenfrei ja also das da gibt es dann eine mail und der ein oder andere trader hat das auch schon in Anspruch genommen und wenn halt kein coaching zustande kommt dann gibt es halt eine runde plausch mit mir ja da das das ist jetzt auch dann helfe ich euch auch bei der einrichtung eines stereo trader oder beantworte euch nochmal fragen zum future trading oder ganz normal zum cfd trading oder so also ja nicht jeder hat jetzt hier ein coaching gemacht es gibt den ein oder andere der hat dann das als coaching umgewandelt und hat eins gemacht und wenn er sagt ach coaching habe ich jetzt keine kein interesse oder ist mir zu teuer kann ich mir nichts leisten ja wie gesagt dann ich rede auch gern mit euch so und gebe euch tipps und tricks also das ist wie gesagt da bin ich auch freund und helfer in der situation genau also das nochmal als schmankhaus so zum ende hin und dann darf ich mich mal wiederum bedanken bei fxvet und vielen dank für die einladung und ich weiß gar nicht aber der nelson weiß es ganz sicher als organisator wann das nächste webinar an dieser stelle stattfindet oder haben wir eigentlich schon einen neuen termin gemacht der steht eigentlich in der ich müsste es eigentlich auch müssen ja 27. Mai ist der nächste termin wann 27. Mai 27. Mai das trage ich mir gleich ein und ich hoffe ja auch 27. Mai Heiko Behrendt ach das bin ja ich bei fxvet so ich habe es gerade in meinen Kalender drin ja ich freue mich recht herzlich wenn ihr wieder einschaltet vielleicht sind halt die Märkte ja ein bisschen besser vielleicht kann man da auch nochmal ein bisschen vielleicht ja also für mich besser ne also wie gesagt jeder hat seine Stärken und Schwächen in meinem Umfeld passt es mir halt nicht hat der Tag halt nicht reingepasst aber gut am ende habe ich mich jetzt nicht völlig blamiert und ich hoffe dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet rein von meiner Denkweise, Handelsweise und ja wenn ihr den Future Trading das Future Trading bei fxvet probieren wollt wie gesagt erster deutscher Broker der es zumindest hinbekommt dass man wirklich gut mit den Futures handeln kann und das natürlich mit dem Stayout Trader und auch da wie gesagt könnt ihr darauf wetten wird es noch weitere Entwicklung geben also ich bin da mit dem Dirk auch im Hintergrund schon dabei dann an der Stelle gebe ich zurück zu fxvet und zu Nelson für die abschließenden Worte und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr bis zum Ende so zahlreich dran geblieben seid ja super vielen vielen Dank Heiko du warst weit weg von einer Blamage im Gegenteil war es wirklich sehr interessant viel Input heute und ja der Short oder die Idee bei 2280 war natürlich spitze und die Aufzeichnung hat soweit funktioniert also werden wir natürlich so schnell wie möglich entsprechend online bringen können sie ja alles noch nacharbeiten und bis dahin wünsche ich ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem Trading nichtsdestotrotz passen sie auf ihre Position auf und in der aktuellen Phase bleiben sie gesund würde mich freuen wenn sie nächstes mal wieder dabei sind und ja ihnen alles Gute danke Heiko bis zum nächsten Mal tschüss zusammen tschau tschau